Ich weiß, dass aus meiner eigenen Zeit, dass ein Orchester kein Abarmen kennt. Ich bin schwer verkühlt, mir tut alles weh und ich schwitze schon, wenn ich nur in die Noten schaue. Also, Sie auch. Sehen Sie, ich habe gesagt, ein Orchester kennt kein Abarmen. Ich werde Ihnen vielleicht, wenn die Lockerheit dazu besteht, keine Abarmen-Geschichte von diesem Orchester erzählen, wobei ich noch selber kein Abarmen gehabt habe und da gesessen bin. Also, ich bitte Sie, wenn Sie ganz kleine Spuren von Abarmen trotzdem mobilisieren können. Sie werden ein paar Sachen anders finden, Bizzicati, Bizzicati, Artikulationen, sogar ein paar andere Töne. Das ist ja eigentlich notwendig, dass das einmal gemacht wird. Wir fangen an mit der Obertüre. 9-4 Von Strauß eigenhändig hineingeschrieben. Fast gebunden. Und jetzt ein bisschen Schwung auf den Arten. Es ist viel zu laut. Es ist viel zu laut. Deutlich bar. Ein richtig prasselndes Piccato. Auser ver- correspondant- Auser- Au- Auser- Au- Us- Auser-